Für mich lädt das Motto, weil Gott Liebe ist, zum spielerischen Umgang ein. Ich ändere ganz gerne die drei Punkte. Ich setze nicht ans Ende des Mottos, sondern am Beginn des Mottos. Das heißt, ich verstehe mein Leben, ich frage mich manchmal, warum lebe ich so, wie ich lebe, warum glaube ich das, was ich glaube und entdecke dabei, ja, weil Gott eben Liebe ist. Das heißt, für mich ist der Glaube das Vorgängige. Ich merke, Gott ist bereits mit mir in meinem Leben und erst danach entdecke ich das, was dann kirchlich darüber ausgesagt wird. Deshalb ist ganz logisch, dass das erste der Themenfelder auch den Glauben betrifft, weil es dabei geht, die Welt besser zu verstehen. Und verstehen heißt, bessere Entscheidungen treffen können und den Blick aufs Ganze zu haben. Und jede Weltdeutung, die Gott ausklammert, nimmt nur einen Teil der Welt her und kann also nicht besser verstehen. Deshalb ist mir wichtig, dass wir diesen Glauben in diese Welt hineintragen. Und dieser Glaube ist nicht etwas rein Vorgegebenes, sondern er geschieht in der Begegnung mit anderen Menschen. Ich merke, überall, wo ich mit Menschen rede, selbst wenn ich Zeitung lese oder Bücher lese, erschließe ich mir das Evangelium in ganz neuer Weise. Und das ist für mich das Spannende. Das ist etwas sehr Lebendiges, etwas Dynamisches und hilft mir einfach besser zu leben.